Er feiert mit uns ein 20-Jähriges, Oliver Frank. Das ist ein Mann, der sich freuen kann, Oliver Frank, denn er ist momentan in den Charts mit nichts als die Wahrheit. Nur ein Mann, das hab ich mir schon so oft gedacht, hab lang mein Lügenletzte Weg, stand mir selber auch in weh. Nichts als die Wahrheit, da wär die Tag, keine Angst vor dem Glück und dem Morgenwander, nur die Wahrheit, da wär die Tag, nie mehr Angst vor dem falschen Gefühl. Lass mich fallen, denn es wird für immer Zeit und verpasst mich heut wieder ein. Zuland um jeden Kitzel, doch jetzt muss ich weitergehen, aller Anfang ist schwer, auch wenn es scheint, als geht nichts mehr. Lass mich, das ist eine Zeit, zu beweisen, ich bin für dich bereit, bin nie mehr am Glücksfahrt dringend. Zeig dir der Ich, der zu dir steht, nicht als die Wahrheit, da wär die Tag, keine Angst vor dem Kuss und dem Morgenwander, nur die Wahrheit, da wär die Tag, nie mehr Angst vor dem falschen Gefühl. Lass dich fallen, denn es wird für immer Zeit und vor das Glück und wieder ein. Ich hab endlich die Hölle auf Eis gelegt, glaub mir, denn ich sag zu dir, mein Herz ist für dich frei, ich kämpf um Liebe für uns zwei, für uns zwei. Nicht als die Wahrheit, da wär die Tag, keine Angst vor dem Kuss und dem Morgenwander, nur die Wahrheit, da wär die Tag. Nie mehr Angst vor dem falschen Gefühl, lass dich fallen, denn es wird für immer Zeit und so das Glück und das Glück und das Glück auch wieder ein. Oliver Frank, dem Letzten, der am längsten warten musste, der darf auch hier oben das Interview mit mir führen. Was wäre schlimmer gewesen, der Erste oder der Zweite zu sein? Also jetzt schwitze ich mehr als Letzter. Das ist auch die nervliche Anspannung, glaube ich, der Letzte zu sein. Es ist ja auch nicht gerade kalt hier, oder? Allerdings, wir haben Temperaturen, wie ich sie selbst noch niemals gekannt habe. Aber ihr seht alle gut aus von hier oben, wirklich stark, wirklich gut. Er hat es geschafft, er ist gerade in diesen Tagen hineingerutscht in die Charts. Du feierst gerade dein 20-jähriges Jubiläum. Was ist das für ein Gefühl? Freude oder Genugtuung? Ja, ich würde mal sagen, es ist das, worauf ich eigentlich 20 Jahre gewartet habe. Bei der italienischen Sehnsucht, da hätte ich es mir gewünscht, damit in die Charts zu gehen. Das war ein Titel, der hätte eigentlich reingehört. Jetzt hat es geklappt. Im 20. Jahr ist das schönste Geschenk zum Bühnenjubiläum. Na gut, dann schauen wir mal, was ihr draus macht. Dankeschön, Oliver. Geh zu deinen Kollegen. Jetzt sitzen Sie alle wieder an einer Bar im gleichen Boot. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind alle zwar etwas entspannter, dass Sie es hinter sich haben, sich Ihnen zu präsentieren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ihr habt das ganz toll gemacht. Vielen Dank. Ihr seid ein super Publikum. Ihr habt die alle getragen auf Händen. Aber jetzt geht alles in die Hände der Fernsehzuschauer. Jetzt sind Sie dran, meine Damen und Herren und liebe Freunde des Deutschen Schlagers. Oliver Frank hat Endziffer 08. 1. Jahrhundert 1. Jahrhundert 1. Jahrhundert 1. Jahrhundert